Willkommen zu den Kobi News auf dem Steine-Kanal. In einem Interview mit Zwiat Zaberbeck, einem polnischen Online-Shop für Spielzeug, zeigte Brandmanager Artur Machlowski den mittlerweile zweiten Katalog für das Jahr 2023. Wir stellen alle Neuheiten vor, doch zunächst kurz News. Kobi hat vor kurzem erstmals ein neues News-Format begonnen. Dieses wird im Vorfeld aufgezeichnet und bearbeitet. Hierbei sitzt Artur weiterhin in seinem Studio, liest aber auf Polnisch einen vorbereiteten Text vor, der mit Einblendungen ergänzt wird. Bisher sind Untertitel in sieben verschiedenen Sprachen verfügbar. Dieses neue, deutlich kürzere Format ersetzt den bisherigen Livestream auf Englisch am Montag. Am Mittwoch findet weiterhin der polnische Livestream mit Artur und Viktor statt. Unter anderem ist in dem neuen Set 15 cm Nebelwerfer 41 ein neuer Dark Yellow Farbton einhalten, der nun für deutsche Afrika-Core-Modelle zum Einsatz kommt. Alle neuen Company of Heroes 3 Sets sind bereits mit dem Farbton gestaltet. Neue Steine werden derzeit vorbereitet, unter anderem zwei Flaggen. Kobi war auf einer interaktiven Ausstellung auf dem Gelände der Gartner-Ausstellung Flora Olomuk in Tschechien. Wir zeigen hier einige Bilder. Weiterhin ist ein neues 1 zu 28 Set mit Innenleben in Vorbereitung. Um was für ein Set es sich handelt, ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt. Auch liegt uns kein Bildmaterial vor. Am ersten Samstag im Juni, dem 3. Juni 2023, findet auf der Motlin-Festung eine große Kobi-Geburtstagsparty statt. Die dort stattfindende Dauerausstellung feiert im April übrigens ihre Wiedereröffnung. Neue Limited Edition Am 3. April startet der Vorverkauf der limitierten Ausgabe des Sonderkraftfahrzeugs 173 Jagdpanther. Das Modell mit der Nummer 2573 besteht aus 1076 Teilen und wird drei Minifiguren enthalten. Zwei davon exklusiv. Eine der Figuren wird die Schoka-Cola-Packung in der Hand halten. Über die Hintergründe der Schoka-Cola-Packung hatten wir ausführlich in der Kobi News Nummer 44 berichtet. Das 1 zu 28 Modell wird spezielle Camouflage-Steine enthalten. Wir hätten uns gewünscht, dass die Limited Edition zeitnah zur Standard-Edition angekündigt wird. Neue Sets Den Anfang macht die Ryushin Il 2 M3 Stomowik mit der Set Nummer 5744. Das Modell ist eine Kooperation mit dem polnischen Militärmuseum, dem Museum Wojska Polskiego in Warschau. Hier kann das Original angesehen werden. Das Modell ist die polnische M3-Version. Die Veröffentlichung ist für Mai bis Juni geplant. Es wird aus 636 Teilen im Maßstab 1 zu 32 gebaut. Zwei Minifiguren sind enthalten. Für das Set wurde eine neue Verglasung des Pilotencockpits entworfen. Der Boden des Sets wird blau sein. Unter der Set Nummer 5745 wird Kobi im Mai bis Juni auch eine russische Version veröffentlichen. Auch diese besteht aus 636 Teilen und zwei Minifiguren. Das Original ist eines der meistgebauten Flugzeuge der Welt und wurde von den sowjetischen Luftstreitkräften im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Von den Deutschen wurde die Ilyushin auch als Betonflugzeug bezeichnet, der sie selbst direkte Kanonentreffer überstehen konnte. Updates Lange haben Fans auf das japanische Schlachtschiff Akagi gewartet. Nun soll es bald veröffentlicht werden. Dies hat Arthur in Beantwortung eines YouTube-Kommentars bestätigt. Der schwere Plattformwagen Typ SSY, der ab Ende Mai erscheinen soll und die Nummer 6284 trägt, soll Arthur Machlowski zufolge in zwei Varianten veröffentlicht werden. Zum einen soll es eine Standardvariante mit deutschen Prints aus dem Zweiten Weltkrieg und einer deutschen Lokomitivführer-Minifigur geben. Zum anderen ist eine zweite Version geplant, die deutsche und polnische Drucke beinhalten soll. Zunächst wurde die Veröffentlichung der Executive Edition der Lockheed C-130E Herkules auf unbestimmte Zeit verschoben. Nun ist der neue Termin bekannt, der 2. Mai 2023. Die Standardvariante soll wie geplant am 12. April erscheinen, wobei Händler das Veröffentlichungsdatum 19. April genannt bekamen. Für einige der Dampflokomotiven liegen die Boxdesigns vor. Diese stellen wir euch hier vor. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Die Dampflokomotiven sind das Veröffentlichung der Dampflokomotiven, die Dampflokomotiven handelt. D2 Steam Locomotive mit der Set Nr. 6280 gibt es neue Details zum Set. So sind fünf verschiedene Rädertypen verbaut. Dies führt dazu, dass Kurven mit einer Neigung von R88 überwunden werden können. Insgesamt fünf gerade Gleisabschnitte sind im Set enthalten. Diese haben eine Gesamtlänge von 65 cm. Die Gleise können entweder auf Baseplates oder Plates befestigt werden und dank eines technischen Lochs mit Nagel oder Schraube dauerhaft im Eisenbahndiorama platziert werden. Gerüchte. Demnächst soll Gerüchten zufolge das bisher größte Kobi-Set erscheinen. Es soll sich dabei um den Panzerkampfwagen 6 Tiger 131 handeln, der aus ca. 7800 Steinen im Maßstab 1 zu 16 gebaut werden soll. Könnt ihr euch so ein großes Set von Kobi vorstellen und würdet ihr euch so ein großes Set anschaffen? Diskutiert das doch mit mir in den Kommentaren. In unserem Online-Shop auf trendgames.de findet ihr zusätzlich auch weitere Neuheiten zum Vorbestellen. Schaut gerne mal rein. Zum Schluss haben wir auch noch ein neues Giveaway. Zu gewinnen gibt es den 15 cm Nebelwerfer 41 DRK. Dies ist ein Dankeschön an alle Abonnenten des Steinekanals hier auf YouTube. Um daran teilzunehmen, seid natürlich Abonnenten des Steinekanals, gebt diesem Video einen Daumen hoch und hinterlasst einen Kommentar. Der Gewinner wird dann aus allen hinterlassenen Kommentaren gezogen. Teilnahmeschluss ist der 24. April 2023. Die vollständigen Teilnahmebedingungen findet ihr natürlich auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Dann danke ich euch recht herzlich fürs Zuschauen. Wie immer freue ich mich schon darauf, all eure Kommentare zu lesen. Dann verbleibe ich bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen.